Ja, was für ein super Style, was für ein riesen Style, was für ein ultra geiler Style. Finde ich, wirklich. Ich hab's einfach drauf. Das ist ein Macker, das ist ein Mann, das ist ein Designer, ein Styler, ein Graffiti-Spread-King. Das ist ja nur ein kleines Detail, das ist ein Graffiti-Spread, das muss ich verstehen, was ich habe. Ich bin ein riesengroßer Rap-Star every day. TV, alle 20 Minuten, in allen Ländern. Laufe ich, hab ich Wert. Denn Razor the Tazard ist der große Online. Styler, Designer, Etablator von Gesetzen, für alle Level, Produzent, Hollywood-Star, Regisseur, Korrespondent, on Lab.